Ja, ähm, hier nach diesem kleinen Minecraft Absturz melde ich mich auch schon zurück, ähm, ich bin einfach schon mal hierher geflogen, denn ich hatte Angst, dass meine Sachen weg sind, also ich habe die nur eingesammelt, hier schon wieder die Wasseressenz, und ich muss nur ganz schnell mein, ähm, Inventar wieder sortieren, ähm, Ice Dev brauche ich glaube ich nicht, so, dann war hier das da, halt das da, das da, das da, das da, das da, das da. Irgendwie so, glaub, und dann war das ja, glaub, so, ich weiß es nicht mehr, das ist der Elektrikstuff, wow, das hat sich angehört, das hört sich an wie eine Falle. Na, zumindest gesund hört sich's nicht an. Alter, wo ist das? Ach ne, hier war ich ja schon. Das kann ja bloß hier oben sein. Also hier bin ich gestorben, hier. Piu, so. So, erstmal den Spawner abbauen. Ein wenig ausleuchten und wahrscheinlich ist in den Kisten wieder Essen. Oh, wer hätte es gedacht. So ein Zufall aber auch. Okay, hier ist nichts. Äh, keine Kiste. Äh, Kiste. Da ist nix, gut. Was ist hier? Kiste. Uck, schau. Da geh ich gleich rein. Hier ist keine Kiste. Nope. Äh, hier ist aber eine. Oh, das sieht ja schon mal gut aus. Oh, das sieht ja schon mal gut aus. Ähm, das geht wieder ein Licht nicht. Ich glaub, es ist extra so. Frag mich nicht wieso. Ich glaub's einfach. Witter laut. Ja, lauter. Erze. Das passt jetzt nur noch hier rein. Wir haben eigentlich nicht wirklich viel Platz mehr in unserem Inventar. Wir haben eigentlich das ganze Inventar voll mit Backpacks. Guck dich doch, geh jetzt auf. Was denn das da guckt? Chocoboleck. Mmmh. Lecker, 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 lecker. Schmeckt bestimmt gut. Hier ist wahrscheinlich nichts drin. Doch, 32. Das weiß ich. Äh, das weiß ich auch nicht. Ach ja, stimmt. Da war die eine Truhe da. Die war hier. Jawohl, ganz viele Pfeile gefällt mir. Daumen hoch. Hier war ja nichts und hier genauso nichts. Das ist eine Spinne. Das ist ein Skelet, das noch eine Spinne. Das ist ein Spawner. Hier ist nichts. das ist eine das ist eine Kiste das Essen hier passt fast nichts mehr rein das ist noch eine Spinne hallo das ist ein Zombie das ist noch ein Zombie das ist eine Spinne das ist ein Skelet der ist jetzt tot ist das ist eine Spinne das ist noch eine Spinne das ist eine Spinne hallo Spinne nix da du machst mir nix die Spinne haben ja ich glaube bloß 16 leben soweit ich weiß ne da ist keine Kiste also wie ihr seht ich nehme auch wirklich nur noch das wichtigste mit wie das hier zum Beispiel wie das hier zum Beispiel und es hat da keinen Platz mehr und gut nein die ist nach unten gefallen nein nein oh da ist einer mit dem Longbow das habe ich jetzt nicht getroffen das habe ich jetzt nicht getroffen piss dich was brauche ich den Scheiß insta-Damage getrankt mal her auf mich zu schlagen du bitch ey du bitch ey du bitch ey das passt da alles nichts passt denn überall nichts mehr okay so viel dazu schnell 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 ah gut weg mit dir weg mit dir da hinten ist nur einer dann sind zwei Spinnen vier Spinnen vier Spinnen so viel ist Leute bewachen so eine Kiste was sind das für das ist ja auch unlogisch so 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 ich mache jetzt mit dem Bogen fertig hier so so siehst du aus Alter ah der verbrennt jetzt lol Enderman gefällt mir gar nicht das kann ich glaube da lassen das passt ja das passt ja glaube ich irgendwo hier noch rein das passt ja glaube ich irgendwo hier noch rein Ohhhh uncool alle zwei Herzen krass però dass er sich dann mit dem Bogen das passt ja nicht aber ja überhaupt nicht weg der weg 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 habe ich gesagt ich brauche meine waffe meine waffe meine waffe